Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warson 3 Video. Mit dem gestrigen Playlist-Update wurde auch der Nuk-Auftrag endlich wieder gefixt. Das heißt, man kann jetzt auch endlich wieder die Nuk in Warson 3 machen. Da ich spontan Zeit hatte, haben wir das Ganze natürlich auch versucht. Zusammen mit Tanki, Darym und Psylocke sind wir auf die 5er Windstreet gegangen. Haben es auch tatsächlich geschafft, zumindest dreimal, denn Psylocke hatte irgendwie 2-3 Winds weniger. Deswegen hatten wir drei Nuk-Aufträge, hätten somit auch wirklich einer der ersten Nukes komplett in Deutschland machen können gestern Abend. Hatten dann drei Nuk-Aufträge, es hat zweimal ganz gut funktioniert, trotzdem sind wir wirklich knapp gescheitert. Somit hatten wir noch einen versucht, der auch wirklich sehr vielversprechend war. Dazu hatten wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch alle Elemente, die wir haben hätten können. Plus dazu extrem gute Voraussetzungen, um die Nuk dann wirklich zu zünden. Ja, wie das allerdings in Call of Duty öfters mal so ist, war das Ganze tatsächlich mal wieder verpackt. Und die Nuk war dann im Endeffekt Geschichte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr persönlich denkt, was da schiefgelaufen ist. Lasst ein Like und ein Abo da, am Ende gibt es noch so ein kleines Fazit plus eine Erklärung, was da wirklich schiefgelaufen ist. Let's go. Ah, chill ich dir gar nicht, meine Perk... Ah, doch, geht. Aber er nimmt so aufwendig mit. Mal gucken, wir sind sogar bei uns, ne? Ja. Perfekt eigentlich. Dann lass schnell schauen, dass wir irgendwie Loot und Cache zusammenkriegen. Loadout ist, wie gesagt, hier und dass wir dann safe ist, für alle uns zu holen. Ja, ja. Streaks und sowas schon mal. Ammo-Box und dies, das. Also load über euch ist safe, sagt ihr. 71 bei dir hoch, Star-Docs hat er dir rechts von ihr. Ne, ich bin auch da geschwungen. Okay, okay, okay. Dodge das einfach. Nimm das Quad hinter dir, Flash, bevor du anfängst, loszuren. Ja, true. Äh, Zug looten wäre gut. Wir müssen, wir müssen ja eigentlich noch nicht machen, oder? Ne, ne, wir können noch warten. Können ein bisschen warten. Wir warten noch jetzt diesmal. Einfach looten, Streaks, Safer sind sowas für alle hohen Schnau. Ja, das waren so viele live letztes Mal. Ja, das ist halt das Ding. Nein, Zug ist komplett ungelootet. Ich muss drauf kommen. Schaust du? Nice. Das ist noch so ein Cache-Building theoretisch. Können wir mitnehmen. Ich hab heavy Chopper Gas, äh, Benzin. Nice, wo ist der? Der ist... Old Town sogar. Old Town, ja. Das ist halt big, ne? Das ist halt big. Sehr big eigentlich. Low load gefunden, stark. Ja, ja. Maybe einfach einpacken erstmal. Kann big werden. Mitte der Zone werfen. Ja. Okay, ich mach mich auf den Weg. Ich hol den big, big Heli. Okay, okay, okay. Ähm. Ja. Ich muss da hinfliegen, ja. Ja, ja. Der war auch ein Lodi. Du kannst dir den Heli nehmen sonst. Ja. Du hast auch ein Lodi. Ja, ja, ich hab auch ein Lodi gefunden. Das ist doch... So ein Hasen. Das ist sehr wichtig. Sehr big sogar. Ja, für später. Wirklich sehr wichtig. Wir müssen nur zwei, drei Lodis warten. Zwei, drei Zonen warten. Ich kann den gleich einer droppen sonst zur Not. Der vorne ist. Bei mir. Okay, okay, okay. Sagen wir mit oder sollen wir erstmal bleiben? Boah. Hä? Der hat das gedroppt hier. Das ist sogar close hier. Ja, direkt bei mir. Direkt bei mir. Ich hab Mais gesucht hier. Bei mir ist BE gedroppt irgendwie. Unter uns. Bei mir auch unten. Ja, das ist glaube ich bug. Das ist doch bug. Direkt bei mir, Bro. Okay, okay, okay. Äh, das snipet was auf dich, ne? Nee. Oder? Was ist das aus? Kann ich jetzt einmal beim Heli einsteigen und losfliegen? Oder muss ich das erst irgendwo reinpacken? Links klicken. Also Inventar öffnen und dann halt draufklicken. Ich glaube, das ist buggy. Weil wir haben unten bei uns auch auf jeden Fall wieder BE. Ja, aber das ist buggy, glaube ich. Okay, ich fliege jetzt. Okay, okay, okay. Ähm, ich gucke ein bisschen über dich, Hanky. Also ich könnte das annehmen, was hier liegt, ne? Nee, nee, Bro. Ich hab ja direkt bei mir. Okay. Okay, okay, okay. Aber nehmt das schon mal an und geht auf ein Dach. Ja, dann könnt... Weil das Ding bewegt sich wirklich wie Kacke. Ey, hier sitzen sich welche. Ja. Boys, zu euch kommen welche. Ja. Unter uns, unter uns. Achtung, die sind unten. Ja, Bro. So oben erst. Mörser auf mich. Dach wird nichts, Steven. Ja, da ist Mörser drauf. Ich geb dir das Ding mit. Er liegt ein Lipp. Ich komm rein und leg die rein hinten. Jack, Bro, komm rein. Ich kann nicht tiefer. Alles gut. Ich leg die hier rein. Du musst aufsammeln, ne? Ja. Hat er geschossen. Ich flieg hier nur kurz weg. Übrigens. Die versuchen sich auf, euch zu simpen. Pass auf. Geh raus jetzt, ne? Hier liegt bei dir hinten drin. Ja, ich hab's. Ich hab's. Sehr geil. Auf dem Tower hier. Bin da. Ja. Ich werd'n Full gehandelt. Seid ihr oben im Haus oder seid ihr oben? Unten, unten. Da sind nicht viele. Und unten, unten. Alle oben gelandet. Zwei dead. Nice. Oben free gerade. Unten auch noch welche. Naja, dieser ist voll. Ries war aber die RAS. Mein Heli ist jetzt gleich leer. Ne, das ist mein Ding. Ah, okay. Das ist theoretisch irgendwo tanken halt. Kann ich den tanken? Ja, ja, ist das. Ja, das geht. Ja. Oder maybe. Ja, das ist eigentlich die einzige Tanke. Da sippt sich aber auch was. Pass auf. Das Ding ist so unbeweglich. Pass auf, pass Bro. Du darfst da drin nicht sterben, dass den jemand anders im Heed hat und wechselt und so. Ja. Ich geh auf Lodi. Pass auf, dass sich irgendwo jemand gesippt eben. Ich weiß nicht genau, wo dahin ist. Bei mir landen welche. Ja, die landen full auf dir. Bei dir drin, maybe. Mein Heed ist kaputt. Was? Deswegen ist noch, ist da eine SIP, wenn ihr jetzt fliegen könnt. Ja, links, der fliegt. Ja, ich. Er dodged aber. Wir kommen jetzt aber auch mit Geld. Ja, ja, ja. Ich versuch shop und zieh direkt eine Drohne. Nein, Fire Sale. Fuck. Ich hab Drohnen dann noch angemacht. Richtig. Ich hab's nicht geschafft, nein. Sehr geil. Drohnen los. Alles gut. Ich chill hier einfach auf dem Dach jetzt erstmal. Ja, ja, ja. Ich kaufe hier Self-Res. Richtig. Wir müssen sippen, wir müssen sippen. Kauf alles hin. Der Doppel ist auf uns, obwohl er fliegt, ist Luft. Alles gut. Zwei Prezis liegen? Ne, eine Drohne, ein Prezis liegt. Ich hab ein Drohnen, ein Prezis jetzt. Ja. Wir müssen sippen. Wir müssen sippen. Maurice, kannst du irgendwie fahren oder so? Ich hole ihn ab, ich hole ihn ab. Ja, ist ja ganz gut, ich hab voll es. Hält? Hä? Was? Warte, was? Aber der Heli ist doch noch da, der Heli ist noch da. Aber was soll das? Da waren halt die ganzen Kugel, ne? Ja. Hä? Die Kugel ist da. Aber sie ist out of zone komplett. Das ist wieder die BE-Kugel. Ja, die BE ist die ganze Zeit, aber hier ist jetzt auch eine Kugel. Und der Auftrag ist nicht so gut. Ja, ja, lass machen, lass machen. Ja, das fehlen die anderen beiden Kugel, ne? Das haben wir mal gucken. Das ist kein Element hier, das ist kein Element hier. Oh. Oh, ist das dumm, ey. Zöger, stark. Ja, das wäre so ein Gameplay von dem verpackten Nook. Ich glaube, man hat sehen können, dass es wirklich sehr bitter ist. Wir hatten laut dem Inventar auch alle Elemente, die wir gebraucht hätten. Hätten, hätten nur noch den Heli geiern müssen. Dann warten müssen, bis die Nuke kommt, das Ganze platzieren. Und wir hätten theoretisch einer der ersten deutschen Nukes. Allerdings hatten wir ein kleines Problem mit dem ersten Element, denn das hat sich warum auch immer, ja, dupliziert. Das heißt, dieses Element ist warum auch immer, wie man hier sehen kann, ein zweites Mal gespawnt. Und das Ganze auch so angezeigt wurde, was ja auch faktisch eigentlich richtig ist, dass wir das Element bei uns hätten. Denn wir hatten auch die Elemente, wir hatten das erste Element, das sich leider dupliziert hat, welches irgendwann Auto-Zone war und deswegen anscheinend, obwohl wir eigentlich alles richtig gemacht hatten, die Nuke dann fehlgeschlagen ist. Schreibt mir gerne eure Meinung. Dazu gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, wir werden weiter auf die Nuke rein und wir werden diese Nuke zünden. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf deinen Schau. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.